Hallo, mein Name ist Torleksander und ich berate Menschen in Geldangelegenheiten, wie sie mehr aus ihrem Geld machen können, wie sie sich sicher anlegen können, wie sie es vor dem Zugriff durch Dritte schützen können. Heute möchte ich mal einige Fakten über Gold zum Besten geben. Gold wird seit 6000 Jahren gefördert. Gold ist eine Form von Geld, die allerdings nur langsam den Besitzer wechselt. Also Gold hat eine niedrige Umlaufgeschwindigkeit. Alles Gold der Welt passt in einen Würfel mit knapp 22 Meter Kantenlänge. Jährlich werden nur 1500 Tonnen Gold gefördert. Das heißt, das neue Gold, was dazukommt, ist wesentlich kleiner und weniger, als man denkt und dadurch wird natürlich der Goldpreis durch die Förderung wenig beeinflusst. Gold hat von allen Edelmetallen den besten oder die beste Stock-to-Flow-Ratio, was die Wertheitigkeit eines Rohstoffes betrifft. Die Stock-to-Flow-Ratio drückt das Verhältnis aus, wie viel von einem Stoff neu dazukommt im Vergleich zu dem, was auf dem Lager liegt, also Stock. So, und Gold ist nicht magnetisch und oxidiert auch nicht. Man könnte noch viele weitere sagen. Gold glänzt, Gold macht strahlende Gesichter, Gold ist wie die Sonne und so weiter. Aber das möchte ich jetzt erstmal an dieser Stelle hier bewenden lassen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was für euch Gold ist und was ihr an Gold schätzt. Ich möchte an dieser Stelle noch was hinzufügen. Der Star-Investor Warren Buffett hat in seinem Jahresbrief an die Aktionäre von Bakershire Hathaway, 2012 war das, über den Goldwürfel geschrieben. Dieser Würfel voller Gold wird in den kommenden 100 Jahren nichts produzieren und auch danach nichts. Der Goldwürfel wird dir keine Zinsen oder Dividenden bezahlen und auch keine Gewinne erarbeiten. Du kannst den Goldwürfel zwar zärtlich streicheln, aber er wird nicht darauf reagieren. Was meint ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Mein Name ist Thor Alexander und ich freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu können. Tschüss. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Dann kommen unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld www.t.me-auswandern-geld zusammengeschrieben. Sende den Link zum Video. Untertitelung des ZDF, 2020